Nur Ratten. Hier oben ist ein Seil. Kann ich hier oben raus? Ja. Schriege. Knopf. Fensterscheiben die kaputt gehen. Drücken wir nochmal den roten Knopf und laufen. Und laufen und laufen und laufen und laufen. Kann ich den Knopf zweimal drücken? Okay, nein. Den Knopf kann ich nicht zweimal drücken. Ich muss tatsächlich glaube ich einfach rennen. Punkt Ende. Ich glaube dann schafft man das. Weil die werden ja kurz aufgehalten durch den Knopf. Hier. Ist euch da? Runter, 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 runter. Eins, zwei, drei. Okay. Und einer schwimmt, oder? Weil er offen ist. Ja. Geschlossen ist. Nein. Sinn und Zweck. Ach, Quatsch. Die Tür ist ja jetzt offen. Alles klar. Ups. I did it again. Was finden... Was finden... Was sind das? Leseratten? Warum mögen die dieses Buch? Die Geschichtsbücher müssen umgeschrieben werden. Es gibt keine Bücherwürmer. Nur Bücherratten. Bist du eine Bücherratte? Äh. Äh. Achso. Ich dachte gerade wir laufen mit Pizzen. Aber es ist einfach nur grün hier unten. Diese Container sehen so aus wie... wie man sich so Stasis-Kammern vorstellt. Was ist das hier? Nicht beweglich. Hier ist was. Runter. Was ist das? Okay. Sick. Damit kann ich da oben links rauf. Die Frage ist noch. Will ich das auch? Warum geht es hier so weit rechts rüber? Ich will hier raus. Ich will hier raus. Was? Eigentlich... Eigentlich habe ich das Gefühl, der will hier nicht raus. Der will hier rein. Aber warum? Ach du... nicht hoch genug. Äh. Zu spät abgesprungen. Nochmal. Tja. In my pocket. Tja. Meine Fresse, ey. Aber was machen die einen Menschen mit den anderen? Oder sind vielleicht die Menschen auch von diesen Würmern befallen? Aber dann würden sie ja aggressiv werden wie die Schweine, oder? noch ein Stück. Noch ein Meter, noch ein Meter. Noch ein Meter, noch ein Meter. Da geht noch was. Da geht noch was. Jetzt. Okay. Obwohl die ja... Äh... Die Schweine ja auch so ein bisschen träge wurden. Als sie... Der eine lag ja nur rum. Aber wie komme ich da rüber? Ähm... Die wurden ja auch ein bisschen... Alter, finde, habe ich mich jetzt erschrocken. Ach du Scheiße, was war das? Was? Verfolgen. Verfolgungskurs aufnehmen. Kapitän. Schwupp. Wo bist du? Boah. Äh. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Hab's vergessen. Was zum Henker war das? Ist es hier? Den Bereich durchsuche ich jetzt nicht noch. Alter. Äh. Ja. Genau. Ich kann ja... Ähm... Überlast fahren. Vielleicht kann ich da auch rüberspringen. Boah ey. Och. Gänsehaut. Wirklich. Ey. Was lebt hier unten unter Wasser, das so schnell ist? Und die Frage ist, will ich das wissen? Soll man so eine Frage überhaupt stellen? Soll man so eine Frage überhaupt stellen? Das war in den Containern? Das war in den Containern. Was wir da befreit haben. Das war in den Containern. Das war in den Containern. Das war in den Containern. Okay. Okay. Das ist so ein altes Bürogebäude oder Militärding. Da geht's raus. Ist da hinten ein gelbes... Da ist ein gelbes Kabel. Ich sehe ein gelbes Kabel. Follow. Was halten? Wir folgen dem gelben Kabel. 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 Halt. Nein. Wir müssen hier gegenschieben. Wir müssen da unten rein. Geh weg, Alter. Hallo. Hallo. Kabel. 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 Einfach nur Kabel feigen. Alter. Musst mies in die Abgründe fahren hier unten, ne? Und jetzt müssen wir hoch, damit wir auftauchen können und das Ding ausschalten. Hier liegt ein Bürostuhl. Okay, ein Rätsel. Neun Meter näher an die Leiter. So. Hey Boy. Kann ich da echt über einen Haufen rennen? Da komme ich ja gar nicht drauf klar. Aber okay. Also. Mit was kontrolliere ich denn das hier? Mit dir kann ich was machen? Du kannst rechts und links laufen. Wieso sollte ich mit dir da runter? Okay, der könnte also hier auch wieder rauf. Ich verstehe. So, das Ding steuern. Und dann? So. Okay. Theoretisch Praktisch auch Alles klar, ich glaube ich hab's Du musst dich hier hinstellen Steig wieder aus Ich glaube ich hab's, pass auf Wir müssen den so Nein Warte, du dahin Und dann lass ich hier oben los Genau Wenn ich das jetzt richtig mache Pass auf Dann kann ich hier nämlich rein Er bleibt oben drauf stehen Das ist wichtig Haha So, jetzt steckt er nämlich da drin Und wir können hier raus Und ihn jetzt kontrollieren Und er kontrolliert den anderen Und der stößt jetzt den Kappes hier runter Freunde in tiefen Stellen Ich weiß immer, was das bringt, diese Dinger kaputt zu machen Aber es wird auf jeden Fall Schon seinen Sinn haben Ja Mach's gut, ne? Du hängst noch ein bisschen ab Ich mag diese Rätsel Ich find das gut Schön durchdacht Einfach Aber es ist nicht nur ein Achievement Weil man den Kabel gefolgt ist Sondern es gibt auch noch ein Rätsel Um das Achievement zu kriegen Ja Was man wahrscheinlich normalerweise niemals finden wird Weil es nicht zur Story gehört Der andere wäre wahrscheinlich einfach Durch die rote Tür gefahren Seht ihr? Hier ist es gefährlich Durch rote Türen zu fahren Nicht durch Nicht rote Knöpfe zu drücken Hallo? Erstmal um die Ecke gucken Was weiß man doch aus jedem Horrorfilm Die Tür nur in Spalt aufmachen Und durchgucken Knöpfe Rote Knöpfe Käfige Käfige, Käfige Ähm Wasseroberfläche Ähm, nein Ich hab immer noch ein bisschen Bammel rauszugehen Weil ich die ganze Zeit denke Dass jemand uns verfolgt Lampe Achso, oh Hier ist schon Ende Ist gar nicht so tief hier Äh Hm Kann man das schaffen? Ich glaube schon Vielleicht Immer die Frage Ob ich das wirklich will Los, 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 los Ah, ich glaube Ich hab einen Fehler gemacht, oder? Komm ich hier drüben noch rein? Da ist der Fehler Denn das Bötchen muss ja mit Also muss ich zuerst das Boot darüber bringen Und dann hier rüber schwimmen Schwimmen Springen Die Frage ist Kann ich da? Ja doch Ich kann hier rüber schwimmen Durch schwimmen müsste ich eigentlich auch können Außer ich werde gleich verfolgt Nein Hier ist nichts anderes im Wasser Hört auf das zu denken Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben Was aber wirklich knapp ist Hier ist nichts anderes im Wasser Nur wir Das ist in die andere Richtung geschwommen Es tut uns nichts Schnell, 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 schnell Ha Probe auf Exempel Hat funktioniert Schön Und Skidusch Malzeit Jemand hier What the Was bist du? Ich will